Der Rummel um Rammstein reißt nicht ab. Kryptische Zeilen des Gitarristen befeuerten Gerüchte um eine mögliche Auflösung der Band. Am frühen Mittwochmittag gab es für die Fans Grund zur Hoffnung auf eine Zukunft der inzwischen sehr umstrittenen Brachial-Rocker um Sänger Till Lindemann, 60. Auf ihrem offiziellen Instagram-Profil veröffentlichten sie einen Videobeitrag nach dem Abschlusskonzert ihrer Europa-Tour in Brüssel und kommentierten ihn mit den Worten Danke und Auf Wiedersehen. Die Fans lasen aus diesen Worten deutlich heraus, dass es das mit ihren Idolen noch nicht gewesen sein kann. Ich hoffe sehr bald, kommentierte ein User, während ein anderer anmerkte, ohne euch wollen wir nicht sein. Wieder ein anderer brachte seine Meinung auf den Punkt. Es muss weitergehen. Ein Anhänger fasste den Tenor im Kommentarbereich zusammen, auf Wiedersehen. Das muss was heißen. Nach den kryptischen Zeilen von Rammstein-Gitarrist Richard Knuspe, 56, war am Montag im Netz eine Diskussion über ein mögliches Ende von Rammstein entbrannt. Danke, dass ihr ihr seid. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, aber sie wird auf jeden Fall anders sein, schrieb der 56-Jährige auf Englisch in seinem Instagram-Posting.